Unzählige Male am gleichen Bett. Unzählige Male aufstehen und die Sonne scheint. Unzählige Male und es regnet nicht. Unzählige Male und es fängt eine neue Folge von Minecraft an. Hallo, da draußen ist ein Enderman, der nichts an der Sache ändern kann, dass denn hier gerade Tag ist. Und das ist das Angenehme. Mein Inventar ist voll und die Katze ist auch toll. Hier oben drauf. Ihr habt mir ein paar Tipps gegeben, wie man denn hier das Ganze noch ein bisschen pompöser machen kann, noch exquisiter, noch auffälliger, knallebunter. Und nicht, sondern tatsächlich das Holz, die Holzteile, die Holzschalterteile werde ich ersetzen durch Quarz, Blöcke und Treppen. Die hatte ich nämlich nicht bedacht, dass die auch betreffbar sind. Und deswegen führt mich mein spontaner Weg einfach mal. Katze, Katze, geh da runter. So, soll es nicht auf der Kiste sein? Nein, ich will da ran. Ich kann da nicht ran, wenn du da drauf bist. Ja, soll jetzt aber... So, ich will nämlich hier das ganze Wasserzeugse da reinstellen, weil das einfach hier so seinen Standardplatz hat. Die ganzen anderen Eimer auch noch. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Wasser bei mir habe, denn mein Plan sieht jetzt gerade mal so aus. Ich möchte nach unten gehen, in die Nähter. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob das der, die das oder dem Nähter heißt. Das Essen brauche ich. Den ganzen Redstone kann weg. Hier die ganzen unnötigen Werkzeuge brauche ich auch nicht. Ich brauche eigentlich gar nicht mal so viel Zeugs. Fahren brauche ich auch nicht. Einen Bogen habe ich gerne dabei. Weil die ganzen Trichter, die Trichter, da steckt so viel Eisen drin, die will ich auf keinen Fall mitnehmen. Steckt auch Eisen drin, ich erinnere mich. So, die Kohle, ja. Im Prinzip brauche ich echt nur so ganz wenig Zeugs. Vielleicht ein paar Brötchen mehr, aber sonst... Ich brauche auch vor allem mein Glücksspitzhäckchen. Denn, soweit ich das weiß, ist der Quarz dann auch glückverifiziert. Also der ist dadurch durchaus beeinflussbar durch das eigene Glück. Was ich sehr angenehm finde, weil ich habe tatsächlich heimlich schon mal ein bisschen auf einer Kopie geschaut, wo wir denn gut Quarz finden können. Und zwar, weil der Quarz halt erst tatsächlich später dazu kam, in diese ganzen Geschichten. Da komme ich nicht mehr einfach irgendwas anderes mit außer Brot. Wir haben ja noch genug, wir haben Äpfel, wir haben Äpfel, so. Weil der Quarz erst später dazu kam, als wir... Also später, als wir in der... In die Nähte eingedrungen sind, ist es so, dass das Zeug halt nicht in der Gegend ist, in der wir selber uns aufgehalten haben früher. Und wir haben ja für die Festung extra... Was ist hier denn passiert? Wir haben auf jeden Fall für die Festung neue Gebiete erkunden müssen, die ein bisschen weiter weg sind. Und da ist tatsächlich auch Quarz. Und zwar gleich auch mal ein bisschen mehr. Und ich hoffe mal, dass das durch die Mitnahme einer Glücksspitzhacke durchaus auch reichen könnte, dass das so viel ist, dass man dort dann auch so ein paar Bausteinchen, also hier ein bisschen Zeugs draus machen kann. Ganze Blöcke, weil die werden wir dann brauchen, wenn wir die Teile dann aus entsprechendem Quarz machen wollen. Aus Quarzsteinchen. Ist wahrscheinlich, ich werde erst mal die Menge an Komparatoren bauen, die ich denn brauche. Ich habe jetzt auch hier die Nähte angeschaltet. Ich hätte mir auch hier erst die Hacke nehmen können. Hallo. Und genau, ich gehe hier hinten rum. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, neben den Komparatoren, wie man zumindest den inneren Teil, die vier Stränge da, bei der Erntomaschine bauen kann, dass die einzelnen Teile schaltbar sind. Also, dass die erst geschaltet sind, sobald Strom auf beiden Teilen sind. Einmal vom Hauptschalter und von dem einzelnen Auswahlschalter. Aber ich sage mal so, ist das ein bisschen plattsparender und wusste ich vorher auch nicht so genau. Deswegen, also alles, was ich da quasi an der Erntomaschine habe, habe ich mir selbst angeeignet durch herumprobieren und durch schauen, was denn so funktioniert. Deswegen weiß ich da meist nicht, oder ich bin halt kein Redstone-Experte, entsprechend weiß ich auch nicht, was da alles für Rezepte und Schaltungen und sowas gibt. Das alles so selbst zusammengeschustert und hat zumindest in der Kopie alles ziemlich gut funktioniert und ist auch ganz wunderbar. Trotzdem brauche ich halt den ganzen Schwung Komparatoren für die einzelnen Teile, für die einzelnen Seiten, wo das Zeug abgeladen werden soll, eingeladen und abgeladen. Das heißt, für die vier Seiten brauche ich jeweils einen, um den Füllstand des letzten Trichters zu bekommen, damit das Minecraft dann automatisch wieder losfahren kann, wenn das Ding leer ist. Und ich brauche noch zwei, na, ich brauche doch zwei Stück. Ein, zwei, nein, mindestens ein für die Abholstation von einem selber, wo man dann selber hingeht und das Zeug rausrupft. Damit auch da wieder dann der Schaltapparatismus weiß, aha, das Minecraft ist jetzt leer, das kann jetzt wieder auf Warteposition gefahren werden. Ist gerade mal ein bisschen schwierig, in der Theorie zu erklären, aber deswegen erkläre ich es auch nicht zu genau. So, wir sind hier auf dem ganzen Weg. Wir haben hier diesen wunderbaren Weg erschlossen, um damit bis hin zur Festung zu kommen. Ich weiß gar nicht, ich meine, bei der Festung könnte ich im Prinzip ja auch nochmal eben nach ein paar Lohnen schauen, aber ich weiß nicht, ob sich das, ob ich dann mit dem ganzen Werkzeug, was ich jetzt bei mir habe, das Lücksspitzhäckchen, ob ich damit denn unbedingt das mitnehmen will. Ich habe auch sonst eigentlich quasi nichts dabei. Mein Schutz ist, wir müssen uns irgendwann mal, wir müssen irgendwann nochmal in die Höhlen und vielleicht ein paar Diamanten finden. Was auf jeden Fall der Fall ist und sein wird, ist, dass ich nochmal in die Höhle muss, sogar ziemlich nah, ziemlich zeitnah hier dran, um entsprechendes Eisen zu finden, weil wir auch noch ein paar Schienchen und sowas brauchen. Trichter haben wir uns ja zwar jetzt den ganzen Schwung hergestellt, aber so ein paar einzelne Teile brauchen wir dann doch noch, damit das alles funktioniert. Und zwar, das erste bisschen Quarz, wir hatten, das Quarz, was wir hatten, hatten wir ja hier vorne raus und da sollten wir auch das neue jetzt hier mitnehmen. Mal gucken, wie weit es denn hier oben ist. Dass die Blöcke zerkloppen viel zu schnell, weil die Hacke einfach so effizient ist. So, das hier ist gleich ein Stück verloren. No! Little Quarz-Stück. Spring nicht in die Lava. Du hattest kein schönes Leben, aber trotzdem. Total Dramatik hier. Kann ich gar nicht mit umgehen. Und zwar, die anderen Sachen sind hier vorne. Da sieht man hier direkt ein ganzer Schwung voll. Ich habe keine Ahnung, wie selten das Zeug ist. Deswegen kann natürlich auch sein, dass es überall ist. Die Hacke ist echt zu böse. Also da sollte ich nicht die normalen Steinchen hier mit abbauen. So wie gerade. Jedoch, das Glück bringt aber eine Menge. Oh, und das bringt Erfahrung. Erfahrung! Das ist schön. Die brauche ich. Vielleicht. Da oben. Da sind wir aber so halbwegs auf offener Fläche. Das ist... Wenn hier ein Gast schon wieder unterwegs ist, dann gefällt mir das eigentlich gar nicht. Gast nicht. Haben wir hier noch irgendwo etwas? So ein bisschen im Schutz. Das wäre doch auch ein bisschen schöner. Ich sehe so gerade mal nichts. Ich sehe so gerade mal nichts. Man muss natürlich auch auf den Boden schauen, nicht nur immer in die Wände. Aber ich muss sagen, ich finde es nett, dass das Zeug einfach so an der Oberfläche liegt. Es wäre etwas böse aus spieldesign-technischer Sicht, wenn das Zeug irgendwo unter der Oberfläche sein würde. Das heißt, da müsste man erstmal überall die Oberfläche abforschen, dass man das Zeug finden kann. Es sei denn, man macht natürlich sich irgendein Gerät, eine Art Detektor, um damit dann die Sachen finden zu können. Händen ist noch mehr Quarz. Quarzi, Quarz, Quarz. Hallo? Hier ist niemand. Ich habe die Monster aber an. Soweit ich weiß. Wir müssen auf jeden Fall auch noch diese ganzen Gänge hier weiter untersuchen. Wir sind gerade mal hier vorne ein bisschen rumgelatscht und das war es dann. Aber hier sind doch Monster. Hier sind aber sowas von Monster. Theoretisch. Ich glaube, ich gehe von da oben ran. Oh nein, ich habe die Festung kaputt gemacht. Ich habe Nederziegel. Können wir vielleicht auch mal mitnehmen? Ich muss sagen, ich finde die Teile ein bisschen sehr dunkel. Das ist jetzt nicht unbedingt das, womit ich meine ganze Welt von Zut leistern möchte. Komm, Nederstein. Fümp. Fümp. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich da wieder zurückkäme. Würde ich da runterfallen? Aber ich sage mal, wir fallen einfach mal nicht runter. Dann haben wir das Problem erst gar nicht. So. Ja. Soja. Ich weiß gar nicht. Hier diese ganzen Soja-Produkte und solches Zeug. muss ich sagen, ich wüsste nicht, dass ich da aktiv irgendwie viel von verzehren würde oder hätte, um zu vergleichen, wie das so mit anderen Sachen dann im Vergleich ist. Also quasi diese Soja-Sachen, die dann eine Nachbildung von irgendwas anderem sind. Keine Ahnung, wie da so die Unterschiede sind. Weil ich da irgendwie auch keine Probleme mit dem normalen Zeug habe. Ich weiß gar nicht, inwiefern Soja, bis auf sowas wie Sojasauce und sowas, quasi eigenständig eine irgendwie Geschmacksgeschichte ist, dass es quasi ein eigenständiges Ding ist, was halt nicht verwendet wird, um da irgendwelche Sojamilch und was weiß ich was herzustellen. Und solche Geschichten, das weiß ich gar nicht. Hier die Sojasprossen und sowas gibt es natürlich auch. Aber, puh. Ich kenne mich auch ehrlich gesagt viel zu wenig mit solchen Geschichten aus. Solchen Ernährungsgeschichten. Obwohl mich das tatsächlich auch interessiert. Aber ich informiere mich da meist viel zu selten zu. Also ich finde es schon spannend, was es alles so an Ernährungszeug gibt, an Sachen, die man so in sich reinstopfen kann. Vor allem auch, dass man einfach mal, gerade wenn man selber ein bisschen gerne kocht, dann weiß man ja auch, was es alles für Zutaten gibt, wie das zubereitet wird und sowas. Und teilweise auch, was dann eigentlich alles da drin ist, in dem man, oder das, was man halt sonst so kennt. Und das ist teilweise schon ganz spannend. Nur solche ganzen Sachen mit, was für Vitamine man jetzt braucht, was für, wie das mit irgendwelchen Nährstoffen und sowas ist. Das ist jetzt alles nicht so, dass ich da unbedingt Ahnung von haben würde. Also in der Form ist das, hätte ich da noch etwas Aufholbedarf und vielleicht auch etwas in der Form ein bisschen bewusster, was ich alles so in mich reinkippe hier. Aber, naja, bisher funktioniert es ja auch so ganz gut. Ist halt immer die Frage, was für Effekte das hat, wie sehr man tatsächlich irgendwelche Mängel und sowas hat. Ah, guck mal, wir sind, wir sind schon einige Stufen jetzt aufgestiegen, nur weil wir ein bisschen ein paar Klötze hier aus dem Gebälk gerubt haben. Ist ja schön. Da freue ich mich spontan. Wow, geht das schnell. Ich brauchte die Teile gerade mal, um hier wieder gleich Baummaterial für Gerüste und sowas zu haben. Aber es ist die effiziente Spitzhackehaut hier aber mächtig, mächtig, was weg. So, ich habe jetzt hier fast zwei Stacks. Ich brauche, hier kriege ich sieben Blöcke ungefähr raus. Ich weiß gar nicht, wie das mit den Treppen da ist, ob ich da auch, wie viel dann quasi da effizient bei rauskommt am Ende. Ich brauche auf jeden Fall vier komplette Blöcke für die Teile selber. Ich brauche, ja, so ein bisschen Zeug halt für die ganzen Komparatoren. Aber das ist echt der geringere Teil. Quasi das, was ich jetzt hier hole, ist tatsächlich für optische Geschichten. Und ich muss sagen, die Glücksspitzhacker ist da echt super. Mit Glück drei ist ja jetzt auch nicht so das wenigste, ne? Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr gibt. Ich kenne mich ja mit den ganzen Sachen nicht wirklich aus. Was so speziellere Sachen sind. Also mein Wissen allgemein, würde ich mal behaupten, über Minecraft ist, ja, doch nicht so groß. Aber für das, was ich bisher gemacht habe, reicht es vollkommen aus. Wie zum Beispiel bauen. Ich mache das mal hier mit, sonst haue ich hier überall Löcher rein. Das ist auch blöd. Dann stolper ich ständig. Und dann ist da drunter plötzlich Lava und dann falle ich runter. So wie die bisherigen Tode in der NETA bisher bei mir waren. Dass ich halt durch ein kleines Löchlein runtergefallen bin. In Lava. Was auch immer die da macht. So, ist da noch mehr? Da ist noch mehr? Da ist noch hoch. Ist noch mehr? Hm. Hm. Es fällt runter. Hm. Die Festung, ich, ja. Ich, also die zieht sich aber da vorne ganz schön hin. Das ist, finde ich gut. So. Hm. Da vorne ist auch noch das, was das liegt so auf dem Weg. Das kann man ja mal eben mitnehmen. Ist ja kein Problem. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Doch, die Ausbeute ist ziemlich geil. Also, es scheint, dass das tatsächlich doch nicht so das seltenste Zeug ist. Hätte mich ehrlich gesagt, da unten ist noch überall. Da sind tonnenweise von dem Zeug. Hätte mich auch ein bisschen gewundert. Ähm, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, zu welchen Zwecken das noch verwendet werden wird. Muss tun. Außer Blöcke und Komparatoren. Alter, irgendwelche Schaltungen. Da ist doch überall was. Meine Phrasen. Wahrscheinlich gibt es da genug Sachen, die man bauen kann. Aber ich weiß es nicht. Meist habe ich eh nicht so wirklich Ahnung von den Updates, was da jetzt eigentlich neu ist. Oder falls irgendwelche Bugs sind, was denn da neu ist. Gerade irgendwelche Sachen, die man sich craften kann. Irgendwelche Sachen, die umgestellt wurden. Da muss ich leider sagen, lese ich mir den Change Log meist nicht so wirklich durch. Ich habe jetzt zu den letzten Versionen mir immer mal von irgendwelchen Leuten das in Videoform angeschaut, was so die groben Änderungen sind. Das ist schon ganz angenehm. Dass die einfach hier den Pre-Release oder hier die Dingensbumsens, wie auch immer das heißt, sich genauer angeschaut haben. Da mal ein bisschen herumgefriemelt haben mit den Sachen. Da hinten ist auch überall von dem Zeug. Mein Gott. Das reicht aber erstmal so. Das sind fast drei Stacks. Da sollte ich erstmal genug stecken hier. Oder reicht das? Wir können ja, wenn es nicht klappt, dann gehen wir nochmal zurück. Obwohl, wir haben jetzt sieben, vierzehn, lasst es mal zwanzig, naja, grob zwanzig Blöcke haben wir jetzt. Das reicht. Das reicht. Fupp, 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 fupp.